Auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig! Wir suchen nämlich für dich. Marcel, Derbysieger, sag mal, wie war das Spiel heute? Ja, richtig geil. Wir haben gewonnen, super. Jetzt feiern wir ordentlich noch. Es war überragend, souverän, 3-0 denken, hochverdient. Zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Ja, es gab schon bessere Leistungen. Aber ich denke, heute waren wir als Team zu 11 einfach überragend. Wir können uns das verdienen, die drei Punkte. Ja, was war das Verfolgsgeheimnis heute in diesem Derby? Vor dem Spiel hat man gedacht, wird es sicherlich nicht einfach, oder? Nee, vor allem Wilferdingen hatte ja auch einen guten Lauf. Drei Spiele, die letzte, glaube ich, gewonnen. Es war klar, dass es schwer wird. Aber ich glaube, es war wichtig, dass wir auf jeden Fall zu 0 in der ersten Halbzeit gespielt haben. Und es dann souverän, denke ich, 3-0 gewonnen haben. Was denkst du, was für euch diese Saison noch drin ist? Was für ein Potenzial steckt in euch? Also ich denke, wir können auf jeden Fall im oberen Drittel mithalten. Und dann schauen wir mal, wo der Weg hinführt. Nächstes Spiel, kannst du ein paar Worte dazu sagen? Was euch da erwartet und was es vielleicht für ein Spiel wird? Ja, es geht nur auswärts. Es wird immer schwer und heiße Kampfe. Ich denke, wir sind ein super Team. Wir sind zusammengeschweißt durch die letzten Spiele. Und dass wir da auch sicher 3 Punkte holen können. Marcel, vielen Dank für das Interview. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg. Bitteschön, danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen. Auf select-gmbh.de Hj. Daran kann ich euch einigen. Vielen Dank.